So meine Freunde und damit herzlich willkommen zu einer Runde Hexball, ja die ganze Zeit habe ich eine Wifi Battle oder Pokémon Let's Plays oder so gemacht, aber ich habe lange nichts mehr wie Happy Wheels oder so gebracht und ich dachte mir, wieso spiele ich nicht Hexball, Hexball spiele ich privat richtig geil mit vielen Leuten und heute ist auch ein YouTuber dabei, der Rezi. Yo Leute, was geht? Okay, den kennt ihr höchstwahrscheinlich noch nicht, den kennt ja keiner, ich kenne ihn auch nicht, wer bist du überhaupt? Ja, ich bin der Rezi und so. Ne, ist ein Kollege, ich bin ja auch auf dem Clasher-Kanal manchmal vertreten, derzeit nicht so aktiv, aber ja, ist ein Kollege von mir und wir dachten, wieso sehen wir nicht Hexball auf, weil wir haben irgendwie einen freien Nachmittag beide und wissen nicht, was wir machen sollen und jetzt spielen wir Hexball. Bist du bereit für dein Ziel, Sun? Aber sicher doch. Okay, jetzt spielen wir auf, also Hexball ist Fußball, Leute, Fußball, nur mit einem Spieler gerade. Nein, ich werde eher Hockey dazu sagen. Okay, jetzt spielen wir eher Hockey, okay. Okay, dann schauen wir mal, wie das jetzt läuft und dann soll ich sagen, bei drei starten wir, okay? Okay. Drei? Ja, du, du musst eh zu sagen, ich kann ja nicht, bei mir ist so eine Sperre, du hast das. Okay, ich hoffe, ich lecke da nicht, mein Ping ist halt übel scheiße, sonst muss ich, warte, ich tue mal kurz einen Cut. So, dann bin ich wieder, ich habe einen Download abgebrochen, damit mein Ping besser ist und, äh, Moment, so, dann geht es jetzt los. Oh, 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 jetzt zäugt er an. Bei der Hockey-Map muss man ja auch beachten, dass man hinters Tor schießen kann und alles. Ja, was auch normalerweise nicht machen kann. Und, äh, ich sag's euch, oh, mein PC ist gerade übelst am Eskalier. Oh mein Gott. Ey, ich glaub, irgendwie, wir laufen gerade runden, kann das sein. Ja, wir laufen gerade runden, und jetzt kommen. Schon wieder. Das ist einfach zu... Ah, Mann, Mann. Er ist im Tor drin. Nein! Nein! Was war das? Ach, komm, Mann. Was war das, Alter? Geh weg. Verarsch mich. Vor allem, mein Ping ist halt richtig scheiße. Geh weg. Ja, 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 ja. Ihr seid immer so antäuscht. Ah, okay. Aber, Leute, das Tor gerade richtig random. Alter, das Tor war... Nein! Wie ich schon gesagt habe, das Commentary wird dir größtenteils aus Nein, Ja und Oh mein Gott bestehen und so. Alter. Mein PC eskaliert gerade einfach alles raus. Den hörst du wahrscheinlich auch noch, oder? Oh, scheiße. Nein, 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 nein. No! Nein! Nein! Oh mein Gott. Geh weg, geh weg, Mann. Oh! Nein, 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 nein. Das machst du nicht. Ah, da kommt... Nein, nein, nein! Was macht mein Tor drin? Ich vergesse aber, dass man natürlich dieses Tor durch kann. Das kann man auf der normalen Map schon machen. Oh! Nein! Da sollte er nicht hin. Nein! Da ist es! Nein! Das war aber knapp. Er trifft den Posten. Oh, mach das Tor. Okay. Ähm. Okay. Oh, jetzt, jetzt zäuscht er an. Oh mein Gott. Ja, komm, komm, komm. Trau dich. Splashing, Leute, Party, Leute. Okay, das war scheiße. Nein! Nein! 2 zu 1. Okay, dich rassier ich noch gegen den Strich, Mann. Bam, 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 katapultieren. Ich schieße einfach ohne. Okay, das war scheiße. Das ist böse. Wir können das Tor. Das ist doch nicht normal. Was war ein Dribbling? Oh mein Gott. Was macht das? In sein eigenes Tor. Was ein Dribbling? Ja, lauf halt gleich. Nein, ich kann er nicht so. Er ist im Tor gefangen. Oh mein Gott. Was ein Spielzug. Was ein Spielzug. Der war eigentlich scheiße. Jawohl. 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 Jungs. Mann, was machst du? Das täuscht dann. Kaka. Und da kommt der Übersteiger. Komm, Ronaldo. Jetzt, komm, jetzt. Mann, Ronaldo. Ich will mit dir spielen. Ich verfolge dich. Bling, bling, bling. Nein. Geh weg. Carsten. Nein. Aber das war ein geiler Run. Das war ein geiler Run. Nein. Nein. Was mache ich? Er läuft dem Ball vorbei. Oh mein Gott. Nein. Nee, der Ball. Der Ball. Der Ball hat ne... Nein. Geh weg. Wie schon gesagt, das kommt ja, ich stehe aus. Nein. Oh. Oh, da trifft er den Pfosten. Shit. Nein, 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 nein. Nein. Ich Idiot. Er trifft den Pfosten. Nein. Habt ihr das gesehen? Aus 0,0 Millimeter treffe ich den Pfosten noch. Das könnte man jetzt auch als Skill bezeichnen, oder? oh gott es gibt es 5 leute sammelt euer karma was machen wir jetzt noch sammelt er seine kracht dieser pc ist doch nicht normal hört ihr das und hört man da was in wirklichkeit sind es nur meine schreie weiß man kam schreit ja jetzt bräuchte ich eigentlich sefis kampfschrei der schreit richtig rum der mann oder das klingt so scheiße 1 1 1 1 1 1 2 2 das war nicht okay dass man ein bisschen glück und jetzt geht es dort irgendwie ist es ein und mal schützt ist da ist es um die alte jetzt auf der classic map jetzt auf der classic map da kann ich mehr reißen da muss ich nicht immerhin das turn bald auch nicht lässt sich nicht so klasse machen wir mal können wir auch machen wahrscheinlich ist wahrscheinlich klein oh mein gott ich habe immer den ball das ist gut ich bin ich bin immer 0,1 millimeter weg ich bin eher der normale weg und jetzt gibt es logischer siehst du ich gehe sogar schon mein eigenes tor zum jubeln ich rasiere dich gegen den strich amana queen das böse ist ihr kannst du sogar so einen ball treffen dass du ihn direkt ins tor kriegst ok das war knapp nein 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 nur scheiß posten ja oh get wrecked ok doch nicht nein nein ich habe nur angetäuscht und es war knapp Aber hast du diese Torhüterleistung gesehen da rennt er zurück Ihr habt eigentlich so antäuscht, müsstest du überhaupt nicht schießen Ja, das mache ich auch manche, aber es klappt nur nie Ach komm Jetzt, jetzt geh rein, Mann, nein Ich mache ein Eigentor, nein Ich habe gar nicht mal richtig gesehen, wie der reingegangen ist, weil es immer so ein Mini-Lags gibt Oh Mann Komm, bitch, komm, bitch, komm, bitch Geil, danke Jawoll, oh, Longshot, aber den kriegst du noch Komm, kriegst du den noch Okay, den kriegst du sogar noch zwei richtig gut gemacht Nein Er schafft nur, ich wollte fünf Minuten gewinnen Egal Oh Wieso denn nicht vorbei? Wieso? Weil wir selber sind schuld, wenn du so Zuckungen hast, dann ist ja klar, dass ich den Moment abpasse, wo du dann Ein bisschen zu weit nach oben gehst Na komm Wie so ein bisschen weiter nach oben? Du hast doch die ganze Zeit so gezuckt, ne? Ich bin ja komplett, wo du geschossen hast Ich bin dann von der Mitte nach oben Genau, weil ich ja, weil du die ganze Zeit so gemacht hast Ja Und dann Ich kann in das andere Feld auch noch rein Ich glaube, du hast ihn auszusehen berührt, sonst der Cut, das kannst du normalerweise nicht Und jetzt gibt es ein Outplay-Tor Oh, das war knapp Das war aber gut gemacht Jetzt geh weg Oh, nee Oh, nee Gut wahr, ich gewinne das Ich lasse mir das jetzt nicht nehmen Nein Jetzt, jawohl, der geht noch ins Tor, den kriegst du nicht Komm, den kriegst du nicht Den kriegst du nicht Oh, starke Leistung Vor allem hier gerade auszulaufen ist sowas unmöglich Ich mach ihn rein, Mann Nein, der war echt gut, der war echt gut Den konnte ich nicht mehr richtig halten Also, ich hätte ihn halten können, aber ich bin ein Noob Oh, verdammt, der Torhüter steht wacker Nein, 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 nein Was mach ich? Nein, hä? Wieso ist denn der nicht weitergegangen? Oh, nee, Pfosten Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, oh Nein, nimm, 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 nimm Fuck Okay, die letzte Runde noch Auf welcher Map, was gibt's noch für Maps? Auf einer, die nicht so groß ist, weil sonst dauert es Jahre Was gibt's noch für Maps? Schau mal so durch, wie die alle heißen Ähm, rounded, big hopp Okay, big, easy, what the fuck Huge, rounded Ja, es gibt noch easy und Dann mach mal easy, dann mach mal easy, schau mal, wie easy aussieht Okay Mich mal interessieren Okay, ah, das Tor ist viel easier Ah, größere Tore Okay, gut, dann, Fiko Oh, fuck Oh, fuck Ist das nicht zugleicht? Ja, lass einfach mal machen Okay Wahrscheinlich kriegen wir es noch hin, überhaupt nicht, das Tor zu treffen Dann und jetzt Ja, siehst du, der geht ja schon rein Nein Da schießt einmal und der Ball ist drin, oh mein Gott Oh mein Gott Alter Auf der Map müsste man so 20 Tore machen Ja Ja, vielleicht kommen wir mal zusammen irgendwie, dass wir mit anderen Leuten das zusammen Ja, klar, machen wir, das machen wir ohne Scheiß Das ist, das ist dann so richtig taktisch Ja, wie soll ich den denn halten? Man müsste irgendwie die Geschwindigkeit von den Pins da einstellen können Das wäre ganz nice Oh, das war, oh, das war, was ein Reflex Boah, der kann das Spiel langsam Jetzt merkt er langsam, wie er was machen muss Nein Oh, shit Oh, beziehungsweise ja, weil der Jetzt Ne Wenn der jetzt reingeht Ne, den kriegst du noch Oh, die Reflex Nein Oh, wie soll ich den denn halten? Oh Ja, Digger, das Oh Bäm Warte, 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 warte mal bitte Ich habe die Seite weggeklickt What the fuck, hör auf mich da reinzustoßen Nein, ich kann nichts machen Ich habe außer sehen irgendwas geklickt Ich bin nicht mehr auf der Seite Ich bin nicht mehr im Game drin Versuchst mich in das Tor reinzudrücken Ich bin nicht mehr im Game drin, Alter, ohne Scheiß So, ich muss jetzt wieder in den Raum Ähm Okay, ich habe mich mal reindrücken lassen Wir müssen jetzt neu starten Ich bin nicht im Wrong Passwort Was war das Passwort? Noch mal Silver, ne? Ähm Seal Warte mal, wenn du reingehst Vielleicht kannst du ja dann wieder join in Das wäre irgendwie Wäre ganz praktisch, ja Das Spiel geht nur so von What the fuck Laut denen ist der Room voll, obwohl ich nicht mehr drin bin Okay, äh Schmeiß diesen Silver Oder es sind jetzt 10 Minuten Wollen wir die Aufnahme so beenden oder noch in ein Game machen Silver has left So, jetzt kann ich vielleicht wieder rein Obwohl ich nicht Ich, keine Ahnung, was ich gemacht habe Ich habe irgendwas geklickt und dann War alles weg So, jetzt bist du da vorher verloren, laut mir Okay, jetzt Ähm, jetzt musst du Escape drücken Und jetzt Komm auch mal noch einmal auf, äh, Small Oder auf Large Nee, nicht, also nicht auf was Großen, sondern Oder Classic Classic oder Small Kannst du aussuchen Okay Oder was ist überhaupt mit rounded? Es ist gerundet Und ich denke, das ist so groß wie Classic Kannst du ja auch mal machen Warte mal anschauen Ja Okay, komm, dann machen wir das Okay Cool, du war Nein, das macht der So, steht 2-1 Nee, nee, nee Alter, 3-2-1 Wie meinst du das 2-1? 1-1, 1-1 vor die Games her Das ist das entscheidende Game Oh Oh mein Gott, das ist voll komisch Das ist richtig komisch Ja, Alter, da muss noch rein Hast du gut gemacht Brett dir über den Pfosten Oh, jetzt wollte ich dir eigentlich so einen Trick geben Aber hat nicht geklappt Verdammt Komm jetzt Tu's für die Kids, Mann Für die Kids da draußen Tu's für die Kids, genau Ja, tu's für die Kids Das ist meine Standard-Aussage Tu's für die Kids Egal, wer was macht Er tut's für die Kids, Mann Geh weg Ja Komm Jawohl Nein Nein Der geht nicht rein, oder? Der geht runter Der kommt Er rettet Okay Er wartet auf den Ball Oh, verdammt Jetzt hätte ich besser schießen können Danke, Schatz Nein Nein Scheiße Jetzt Mann, wieso schießt der nicht Oh Er täuscht an Erst hat er nicht geschossen Dann dachte ich mir Jetzt gehe ich einfach vorbei Na, komm Angetäuscht Angetäuscht Nein Das habe ich geplant Dass du jetzt daneben schießt Ah, verdammt Vielleicht wie Sau Ja, das hier Ich muss einfach immer ein bisschen Nein, komm schon Schieß doch Jein Jein Jetzt habe ich es echt geschafft Jein, nein Und jein zu benutzen Als nächstes kommt noch Oh, doch Oder Und Und Als Und Oh, Torwart Okay Das war uns kurze Eck Was wird das, ha? Ausdribbeln Gut doch nicht Gut doch nicht Gut doch Ausdribbeln Schieß dann bald direkt zu mir Vielleicht war das ja so Nein Ach, komm schon Hast du dich jetzt selber ausgedribbelt Hab ich gar nicht Du lügst Du hackst Dein Schwarz Genau Hacker auf dem Ja Kann sich wahrscheinlich Superschnell bewegen Uns im Zeug Nein Ja, da soll er rein Mein Freund Da soll er rein Komm schon Tu es wie die Kids Ball Jawohl Nein Ich will gar nicht meinen Hoch Äh, Konten Nein Alter Ich Idiot Was ist denn los? Ich Idiot Und der Anlauf kommt Um dann nicht anzulaufen Trick 17 Scheiße weg von hier Scheiße weg von hier Da ist ja auch Nee, das war mein Trick 17 Das war mein Masterplan Das funktioniert eigentlich immer Außer immer Sag jetzt halt Als Fremder die Taste Nein, nein, nein Oh, komm Ich wollte antäuschen Ich würde schießen sollen Ich würde es echt schießen sollen Ja, ich wollte antäuschen Ich hätte schießen müssen Geh weg Geh weg Ich würde es Wenn man das gedrückt hätte Ist man langsamer Jetzt läuft er ans eigene Tor Und schießt von da Das war gut gemacht Das war echt gut gemacht Jawohl Komm, komm, komm Geh weg Geh weg Miss Kormann Nein Nein Okay, da Das ist jetzt Matchball, man Boah Da ist man irgendwie Voll konzentriert bei der Sache Aber nur beim Matchball, ne? Ansonsten spielt man immer Solari Fire Also ich jedenfalls Wenn irgend so eine heikle Situation ist Dann ist man auf einmal Voll konzentriert So, scheiße Wie kann ich das noch drehen? Ich konzentriere mich gerade Nein Das sieht aus übrigens so Wie so Wattestäbchen Die Tore Stimmt Leute ich jetzt nur gerade zu erwähnen Jawohl, einmal hat es geklappt Und jetzt, jetzt, komm Jetzt, komm Jetzt Komm, Mann Nein Oh, Torenleistung Oh, angetäuscht Jetzt, jetzt, jetzt muss ich Jetzt, jetzt renne ich Siehst du, der rennt schon viel schneller Ja, komm, da rein Jetzt, jetzt hast du mich gedisst Jetzt hast du mich echt Ja, du hast es gut gemacht Ja, aber meins war noch die Geisteraktion Von uns Jungs, der Typ, den Punkt holen wir uns jetzt Wär auf, du Zitterfisch Nein Nein Ja, den Punkt holen wir uns jetzt, Jungs Ja, ganz genau Louis Victorious Oh, war das geil Aber das hat übel Spaß gemacht Okay Okay, GG an dich Das hat echt Spaß gemacht, Leute Schauen wir mal, ob das jetzt mit Nächstes Mal mit anderen Leuten Oder ob wir jetzt noch eine Runde aufnehmen Irgendwie, weiß nicht, wie wir das machen Auf jeden Fall Ja, das war's von mir Dann lass ich dir das letzte Wort Und schaut doch mal in die Beschreibung Da ist der Resi verlinkt Falls ihr da mal Videos von Ihnen schauen wollt Und dann war's das von mir Okay Dann sag ich danke fürs Zusehen, Leute Haut rein und Ja, tschau Bis dann Ciao Ja, tschau Ja, tschau